Es ist aufgehört Danke Der ist auch zu der Explosion gelaufen Oder war das jemand von euch? Nein, also ich habe darauf geschossen Kribb oben? Cool, Levelaufstieg Ist das jemand von euch? Nein, ich habe nur zwei erschossen Heide geht in Deckung Sein Kollege lässt er einfach weiterlaufen Willst du da eine Dragunov? Eine Scar Es ist eine SVG 63 Legst du immer an? Ja, ich habe nicht diese Ja, was ist das? Ach, jetzt hast du es ausgehört Du hast bei mir ständig angelegt und wieder runter Aber das machst du auch Okay So, jetzt will ich aber auch mal da hoch Dann komm doch Ich bin die ganze Zeit hier oben Ich bin ja wieder runter, als Daniel gesagt hat, da kommt ein Fleischer Ich habe den einfach abgeschossen Nein, nein, nein Der S-Rail oder was hast du einfach abgeschossen? Ja Geht auch Ja, ich glaube zwei Treffer nur Gibt es da oben eigentlich? Schöne Aussicht Ups Die Drohne oder die Sicht Sieht unter uns durch Da ist er auch andere Seite Wo ist der? Da Kurbel, 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 kurbel Juhu Feuerwehr BING Das war schön Die haben sich bestimmt geärgert, wo sie abgestürzt sind Ich hole mir mal jetzt unten da die ganzen Sachen Was da von den Leichen rumliegt Ab sein kann man sich ja hier nicht, ne? Nur rutschen Würde gerade, ob man mit einem Fallschirm fliegen, äh springen kann Wenn du den schon freigeschaltet hast Meine ja, mit dem Charakter hier Guck mal, ob ich das schon hatte Ja, hab ich Viel Spaß Boah, ich erfriere hier Ich hab Eiswurz Ich muss gleich mal die Tür zumachen Und du hast dich schon extra dicker angezogen Ne, ja, das wäre auswitz Ja, das war klar Hast du nicht rechtzeitig gezogen, oder hast du noch keinen? Ich wollte doch, doch Ich wollte eigentlich nur umdrehen und mich, ähm Äh, und dann mit Anlauf Dann habe ich mich dann abgestürzt Hab dann zwar E gedrückt, aber irgendwie kam dieser, dieser Menüpunkt auch nicht Dass ich die Fallschirm aufmachen kann Das war jetzt sehr komisch Was muss ich denn machen, wenn da steht Rucksack voll? Kann man den irgendwie leer machen, oder? Ja, im Inventar drücken wir auf i Ich glaube, da kannst du da ein paar Sachen leer machen Du hättest aber jetzt nicht extra kommen müssen Äh, weil ich wäre sowieso wieder bei euch gespawnt Achso Keine Ahnung Weiß ja nicht, wie das läuft Braust du diese Dinger einher hier, diese Lebens, äh Das ist mein Medic Dings Ich habe als Klasse Medic genommen Weil ich mich damit auch einmal, wenn ich K.O. bin, wiederbeleben kann Das für ein Singleplayer dachte ich mir ganz gut Da gab es ja noch gar keine KI-Kollegen, die einen wiederbeleben konnten Da ist ja diese Ezrael Der Kaffee ist ganz rot Ja, kariert Oh, da kommt wieder ein feindliches Auto Steffi über rot kariert Seht ihr das wieder nicht? Irgend grad woanders Na ja, sie tut Ihr seid so dronnen, ne? Daniel ist da hinten bei dir Wir wachsen, wir wachsen Blumen mitten im Schnee Und schief Das sieht seltsam aus Wir blühen sogar Gibt's hier Schlitten? Ja Das weiß ich nicht Ja, das weiß ich nicht Ich habe den Ge kilometres